So ich drehe eben das schiff hoffentlich kommen wir überhaupt raus ja doch mir schon mal passiert dass ich fest gestackt bin das war damals in der Lost alpha nee der open beta war es irgendwann irgendwann in open beta Da bin ich wirklich fest gestackt Ich kenne sogar noch die inseln was nicht mehr das heißt aber ich bin nicht mehr rausgekommen Dann beenden müssen das war sehr ärgerlich Wo müssen wir denn lang Irgendwo Nordwesten nordosten sowas irgendwie irgendwas mit Norden das heißt wir drehen jetzt mal das schiff auf Norden rüber Und dann Fahren wir weiter also heute mal hier ist noch die dings Hier ist noch a frack das nehme ich nur mit Wenn ihr direkt daneben ist Wenn ihr direkt daneben ist Stimmt die schnittertruhe die haben wir ganz vergessen vorhin Wollten wir noch mitnehmen Mächt' vergessen Mächt' vergessen Verlassen ist Ich komisch Wenn ich jetzt ankere Dann will wahrscheinlich Dings der server change kommen Ähm Wir können jetzt mal triggern Bleibt das frack dann da Und kriege ihnen vielleicht sogar eine schnittertruhe hier Das wäre natürlich geil Untersuch´s mal Hm Mächt'n server change Mächt'n server change Mächt'n server change Das heißt hier gibt es noch Leute Hey Hi So Ähm Dann müssen ja noch Leute hier sein Dann schauen wir mal Gibt's denn hier Erst einmal Kapitäns Kajüte Da ist nix Absolut null Die Ente Dann schauen wir mal Ist hier so Ah Hier ist Zeug Ah scheiße Ich hab Ich hab Ah Nicht leer gemacht Ich hab Schlecht Da brauche ich wieder bissl Luft Wooh Wooh So Was gibt's hier Nix Gibt's hier oh nice lecker fisch hässlicher fisch einmal zum pf zurück und bringen die sachen an bord da kann ich doch vielleicht noch ein bisschen im level steigen und den jägern ja nix am wunderschönen morgen oder mittag nachmittag haben wir schon vergeht wie geht's dir alles gut bei dir ist fit wenn du möchtest kannst du kurz mitkommen ich bin aber eigentlich schon abgeben also ich bin eigentlich schon durch ich habe bloß noch ein frack auf dem weg sehen deswegen wollte ich nur schnell das zeug holen dann muss es halt nur sein dass ich schnell meine fisch sachen und ausnehmen wenn ich schon mal da bin jetzt nix dann hier so ein hühnchen xx als eine kiste ist das erholte er ja genau die lassen wir hier erholte ich nehme nicht mit den stress tue ich mir nicht mehr an zum schluss vor allem noch schluss gibt es nicht so einen stress ja gar nicht oh hier ist echt noch ein zeig drin wow ok ich muss zum schiff zurück nimm mit ne bestimmt nicht du willst doch bloß dass ich untergehe du willst doch bloß dass ich untergehe aber das schaut so geil aus mit dem sonnenbergang hier auf sie ist die geilsten sonnenbergänge mal schauen wie red at redemption wird mal schauen ob man da auch so geil als sonnenbergänge sieht gut dann hole ich jetzt noch den restlichen scheiß die hälfte tragen doch nicht mit dann komm mit dann schon mir und dann nehme ich es mit und nur wenn du mitjoinst alleine machen wir nicht den stress ok ja ok na gut dann schon dann nehme ich es mit die heute jetzt schon wieder ich wollte jetzt schon wieder oder hole ich mal mit an bord mit dem discord bist du nicht im discord in diesen discord ist dann kann ich dich dazu zu schmeißen die holkiste kommt mit hol am rumheulen ach da ist er ja nix da ist er ja mal schauen ob er schon online ist da ist er der weiß ja nix ist ja super dass du dazukommen bist nein ukulele ist so cool oh jetzt hat er aufkehrt da müssen wir jetzt eigentlich hin ähm da cracken es voll einfach geradeaus worden die fahren sie mal hin und dann müssen wir noch abgeben achso ja hier bin anker gesetzt ne habe ich schon raus ok gut du bist gemutet sehe ich ähm ja gut macht er nix habsam du hörst mich ah jetzt ja das habe ich gar nicht gemerkt warum musst du nach frankens fall ähm ich habe noch ähm ähm dings offen ähm also Cargo zeug das ist hier diese teufelsstoffe und ansonsten haben wir glaube ich nix mehr mit crackens fall ja und auch die heultruhe viel glück die adresse ist abgefallen hm hier steht an den kisten viel glück die adresse ist abgefallen wo steht das bei mir auf den kisten wenn ich die anklick echt ja also liefernotiz kannst du nicht anzeigen lassen oder wie ich habe kurz ein screenshot gemacht ja was ist ja krass äh ja klar das kommt wenn ich liefernotiz lesen drück viel glück dir das ist abgefallen ob scott spielt das ist eine fehlermeldung aber das ist ja krass oh man ich finde die tatsache witzig dass es das gibt ja aber echte da haben sie was gedacht dabei hehehe geil das ist wahrscheinlich weil ich nachher gejoint bin ja glaube ich ja genau deswegen darauf würde ich das jetzt an erster stelle schieben ja würde ich auch sagen aber eigentlich ist es ja was das passiert dann ja normalerweise öfter keine ahnung hm wahrscheinlich weil die quest auch schon zu ende ist also weil das das war ja eine dings eine lege quest und weil äh die die quest nicht mehr aktiv ist deswegen wahrscheinlich und weil es schon vorbei ist krass hm da ist doch noch eine lege liegen ja das ist eine neue achso das nur wegen den seemeilen ah das klingt so cool mit der ukulele wo ist denn bei crackens voll der händler hm das überlege ich auch gerade hm hm ah das ist die insel genau da wo wir hinfahren in diesem pit drin ist der dann ah ok ja also rechts drum oder ja mehr rechts hm vielleicht ist dann so ein kleiner pit da kann man aber nicht reinfahren und da drin sitzt der naja wenn mich jetzt nicht alles täuscht ah jetzt heulen sie hm theoretisch sollten wir jetzt kein wasser mehr kriegen wo hast du das hingestellt ich hänge mit der kiste an der rand ah ok super wär aber gut wenn du sicherheitshalber mal nach guckst ja ich lass uns kurz das segel nach oben da so ich schau mal nach unten äh ja ein bisschen was aber das ist nur wegen dem wegen dem regen wahrscheinlich ja passt ja solange es nicht steigt passt das ja genau das ist nämlich dass wenn man zu zweit ist kann sich einer mit der kiste außen anhängen das ist echt geil hat die jetzt aufgehört ja ich glaub die jetzt schon aufgehört cool witzig war echt der kurze heulesuse so das dürfte ich jetzt sein ja genau geradeaus steht da genau du hast aber stopft das heißt du musst irgendwie trocken rüberkommen am besten ne ja stimmt oder wir machen das ganz schnell ne ne kannst du doch noch ein stück vor und dann kannst du über den sprit da vorne auf den stein und dann land ja stimmt müssen wir dich halt hier vorsichtig mal kurz in den stein ziehen ja das geht nice sind drauf ja klappt ja wunderbar ich habe sowas schon ein paar mal gemacht weil grad bei solchen inseln ist das nämlich schwierig oh ja das ist mit das luk dann noch einfach weil die kannst du ja wie du siehst hier relativ weit ran schippern ja genau hier geht es da würde die galli auch relativ weit rankommen moment hat sich gleich nicht segel okay zu spät mit harpune mit harpune oh eine skelette kommen bist du rüber? ja bin schon drauf oh oh da ist noch eine küste ja eine ist noch da alter der skelette oh oh da ist ein fastträgerchen nice au ich bin tot da steht jetzt irgendwo eine kiste stoff boah dann schaue ich gleich mal im moment das nennt skillets ja da stehts gut ich wollte gerade mal kurz fragen weil ich sehe du hast bei dir das discord overlay an ja genau ist das von discord im game oder im stream eingebunden? äh das ist von weil das ingame overlay funktioniert bei mir nicht genau das hat bei mir auch nicht funktioniert warte mal wir sinken fast also das ist die stream variante ja die kiste heult ja bin kurz überbord ja ja sehr gut ähm ich hab das stream overlay von discord eingebunden weil das kannst du als quelle bei obs einbinden naja das kenn ich schon aber was halt nicht was ich gern gehabt hätte dass ich das normale discord overlay in cfc habe mhm das geht nicht allein für mich also nicht für den stream achso nur für dich ja es gibt ja auch das so dass es ingame direkt ist ohne diese browser source genau genau dann kannst du auch mit zum beispiel ich hab shift f3 eingestellt das overlay aufrufen um channel zu wechseln oder sowas mhm genau und das funktioniert bei sea of thieves leider nicht echt achso weil ich hab das schon mal gehabt aber ich weiß ja nicht mehr ob das bei sea of thieves nö aktuell funktioniert das nicht ich hab's bei anderen games drin da geht's aber bei sea of thieves irgendwie nicht ja mhm hhmm okay hm hmm dachte das hat schon mal funktioniert bei sea of thieves mhm ä smh jetzt wohin ähm jetzt schauen wir zum nächsten handelsposten dann können wir noch den scheiß abgeben dann haben wir eigentlich alles we have threepaces east am nächsten nord nord ost genau das auf dass sein fisch nicht verbrennt die schlange ist durch die sieht ein bisschen sehr blass aus also die eine die du hast ja also die in der hand die sieht noch blass aus die jetzt drin ist im probieren fast die ist fertig ja ich hab noch auf dem weg noch dieses wachsehen und wollte noch die sachen mitnehmen habe ich gesehen dass wirklich ein haufen fische drin wollte jetzt noch mitnehmen eigentlich war schon durch eigentlich war schon fertig jemand eigentlich schluss machen das ist immer so schlimm bei sie auf sie ist dann siehst du auf dem weg noch irgendwas ja das schiff es greift jetzt noch an und hier das noch in den haien mache ich noch noch da noch stunde später ja genau hier wird das erste mal wieder gezockt mit doppelten lud mit doppelten belohnungen und so genau das wochenende noch gar nicht viel gesegelt ich auch nicht das lohnt sich jetzt wirklich also ich habe vorher zeug abgegeben so das mal ist abgegeben lege truhe und den haufen so kisten von der lege quest das ist halt schon geil alles doppelt ist dir wein ich schütze nur gucken wir fahren auf eine insel zu du bist draußen ok ja es ist die last backbone hast korrigiert voll am holen aber dann gleich da auch Vielen Dank.